das ist knackig das ist knackig so geht es doch auch warum mache ich das immer so kompliziert und so und zack na ja ja das war super dann fängt ja schon wieder so kann ich eigentlich bei dir auch irgendwann nein alles kaputt alles kaputt so nach der jahr hätte ich beide vergessen okay er war schon so jetzt wird spaßig wieder jetzt wird wieder spaßig ich will es nicht nein was ach so die stacheln junge 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 so wird beider nicht gesehen beider nicht gesehen bei der weg hier ist wieder hat ist wieder so wie in dem baum das ist so ach mensch was warum hat das nicht geklappt ich habe stattdessen sogar schaden gekriegt alter auch mensch der war super warum habe ich nur alle seelenverbindungen verblasen aber woher soll man wissen woher soll man wissen das kann man ja nicht wissen hatte mal ist das da eigentlich da kommt man nicht dran dass es zwischen stacheln da die flamme da links ne das ist wie im hintergrund da sind ja auch flamme na auch verdammt hallo und hoppa ab 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 so na auch was ach du scheiße wie geht es denn da weiter euch ist klar was das bedeutet euch ist das klar den habe ich jetzt vergessen hat mich ja erst thema getötet den kann man ja ruhig schon mal vergessen genau wie den hier vorbei ist es so egal mit wie viel leben ich ankomme das hier ist nein das ging das ging gut das hat super geklappt das ja ich frage mich gerade ob es sinnvoller wäre erst woanders hin zu gehen frage ich mich ernsthaft hat man mehr leben hat oder keine ahnung noch eine andere fähigkeit wobei andere fähigkeit glaube ich noch nicht mal aber halt mehr leben und mehr seelenverbindungen und sowas hat ja klasse geklappt was war was war das denn ach so der kommt dann direkt ich habe noch keinen teil wo es hingehen soll das ist das schlimmste hier jetzt das ist echt das schlimmste moment da ist doch nix alter was wie fies ist denn das hier so hab ich gerade gedacht und das ist aber schön gemeiß dass er in dem selben moment also vergeckt ach man ach so ja jetzt habe ich gepennt aber so richtig kann man hier noch also kommt man sogar noch höher oder habe ich möchte jetzt eingebildet so kommt man nicht noch höher ok war nicht auf die stacheln dass du hier aber auch keine ruhe hast ist so ja wie soll man denn da weiter kommen es ist mir absolut rätselhaft ob man jetzt kann man da höher ne da kommt man wahrscheinlich vom nebel vorst kommt man da wieder hin es sei denn man könnte da noch höher und hier so rum wir gehen echt nur zurück das gibt es nicht das ist ne so leid mir das tut da muss aber mehr 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 skill sein also nicht meinerseits meinerseits auch aber im skill tree so ach hier kam ja jetzt die eulen und so was und der lümmel ich hing da fest ich hing da fest ich hing da einfach nur fest eine seelenverbindung bereit ja dann ist ja schon mal nicht so ganz falsch ich vergeig sie gerade scheiße so zack ich komme da nicht hoch hallo na 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 nein es ging der stampfi nicht aber jetzt b aha wow welcheđ welche weil so den hatte ich ganz vergessen da acht갔 werden je so schnell schießt was entschieden so wie kommt man da oben das leben an das ist kommst du mal den schuss weiter kommt man da oben an das leben das ist zum beispiel noch irgendwann irgendwann fähigkeiten mäßig ich wüsste nämlich nicht wie es sonst gehen soll da kommt man doch nicht hoch so hier sehen wir wieder weit und hier könnten war einerseits hier und da irgendwie wie sieht so aus als können ach so oder weiter vorne aber leben leben hier noch runter können und das bereut man nicht wir gucken wir gucken und ein kartensteinfragment okay dann gucken wir mal was uns hier so erwartet nein 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 hörst du auf mich zu beschießen warte wieviel sind das seid ihr denn irre warte da sind ja noch mehr warte 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 ich will weg ist jetzt zurückgesetzt nein so der ist weg der da unten warte 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 und das ist gerade ziemlich laut ne das noch einer ach so leben wo ok shit oh das ist natürlich sehr guter spawnpunkt man ok haha der kam nicht an mich ran der kam nicht an mich ran auch der trifft mich auch von da ist natürlich doch der ist weg und dem da den können wir ja von hier oben der kann ja aber wow wie lange dauert denn das aha so sehr schön wort das hier ein krach ist das ein fähigkeiten punkte halten weg mal hoch 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 und heute hier doch ich wollte nicht gleich ja warte mal so ich habe zwei ok und ich kann mit den zwei jetzt fähigkeiten zellen werden auf der karte angezeigt das ist natürlich cool möglich des ori den sprint auch in der luft zu benutzen da weiß ich immer noch nicht welcher sprint ultra lichtstrahl erhöht stärke und radius des lichtstrahls wollen wir jetzt fähigkeiten punkte auf der karte haben oder wollen wir die stärke und den radius des lichtstrahls haben schwere entscheidung